Liebe ZuschauerInnen der Rosa-Luxemburg-Konferenz, ich bin Eze Wendwey und bin seit drei Wochen hier in meiner Heimatstadt Ouagadougou und freue mich sehr mit meinen Musikern ein Konzert für euch zu spielen. Sie stellen sich sehr froh. Wenn sie jetzt ganz umverhohlen, wieder Nazi, wieder johlen, über Judenpizze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufen, in ihrer Dummheit fröhnen, der am Deutschen hinterher ist, muss nun mal die Welt genießen, dann steh auf und richtig an sie, sag nein. Sagen nein! Meistens sind dann noch wichtig, die Geschichte wieder richtig, was halt von der Auschwitz möge, leider nimmt man zur Genüge, mach dich stark und richtig sein, sag echt diesem Durenschwein, sag nein. Sagen nein! 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 Ich habe immer meine Mütze, denn die Hand hat auf mir gebracht. Ich bin komplett nur noch mit Mütze, ich trage sie bei Tabula. 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 Selbst ein Engel würde nicht auf dein Lächeln versichten Du hast mich abgelenkt und gießt mir Und gibt's weiter Zugabe, wenn es wäre, wenn es passiert Und gibt's weiter Zugabe, wenn es wäre, wenn es passiert Wie kann ich dich wieder erzählen? Wie kommst du auf die Idee, bei der Zugabe wegzugehen? Traurig sei ich dich einfach gern Ich glaubte dich nach dem Gips zu sehen Doch als ich auch sag, warst du nicht mehr da Doch als ich auch sag, warst du nicht mehr da Come on, yeah! Ja! 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 Ich habe mich auf das letzte Lied gefreut Aber ohne Zugabe hätte das Publikum das Konzert Wie alt Ja! 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 Ich zeig dir in Liebe, mit deinem Versuch, mein Verletzter Leben Wie kann ich dich wieder sehen? Wie kannst du mich auf die Idee, bei der Zugabe wegzugehen? Ich trauere dich selbst nicht, ein Wagen zu gehen Ich brauchte dich, nachdem ich zu sehen Doch als ich auch sah, war es gut, lebe ich mir da Vielen Dank! Vor ein paar Jahren, als ich hier in Burkina lebte, hatte ich einen Traum, eine Schule zu bauen Heute ist dieser Traum eine Realität geworden Ich lade euch ein, unter der Webseite, die hier eingeblendet wird, mehr Infos über das Projekt zu erhalten Ich freue mich sehr, wir haben uns sehr gefreut, dieses Konzert zu spielen Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!